Ich lass erstmal meine Leute holen. Au, die schießen auf! Die soll ich dir heilen lassen. Da drücken sie ja. Los, weckt euch. Der Phantom-Naut ist kaputt. Was? Der lebt doch. Nein. Wir müssen ein, äh... Ein, wie nennt man sowas, ein Schweigeminute einlegen. Oh, ich kopiere mir irgendwie einen neuen, wenn wieder einer kommt. Nicht. Ach, Roche, du kannst aufrissen. Echt? Cool. Was machen die Banschyser? Die stehen da einfach rum. Und ich habe sie gerade infiziert. Ich werde die Tod all jenen, die sich dem Chaos widersetzen. Infizieren. Der macht. Was der macht? Wieso ist der denn da unten? Losgeschickt. Er wollte irgendwie nicht. Ich fand es irgendwie nicht so cool. Oh, da ist ein Rad der Seer bei mir. Wie er sie tötet, der Kane. Was hat ein Rad der Seer? Nee, Ranger. Ranger mit einem Messer? Ja. Nämlich ein Ranger mit einem Messer. Nämlich ein Ranger mit einem Messer. Nämlich ein Ranger mit einem Messer. Rad der Seer. Du bist schon so ein Rad der Seer. Du bist schon so ein Rad der Seer. Der sah so aus. Er kam so voll in Luft mit Zugang laufen. So Rad der Seer. Na, so ein Räke. Na, so ein Räke. Na, so ein Räke. Wir gehen jetzt hier lang. Hä? Ach da. Hab ich da reinnehmen können will ich. Ab durch die Mitte Mainz. Rüchte. Dööööööööööööööö. Ich find das cool, wart ihr bei der Festung vom Chaos. Oder seid ihr so rumspinnt da. Alter guck die mal. Koho. Da wo der Nerod grad vorbei latscht. Das ist irgendwie hypnotisieren. Dieser Zug. Was Kane jetzt aber auch nicht weit hat ist abartig. Die braucht er ja auch. ist hier noch irgendwo ein phantomlord eventuell vielleicht so noch irgendwo ein phantomlord da ranger ranger wirklich ranger ja ich hab mir ranger ja ich hab mir ranger Und Vario stirbt grad. Schmeiß'n ne Garnate. Hä? Vario? Wir sind schon wieder fast tot. Und Neuron. Deine Ranger ist noch fast tot. Ja, nein. Was soll's? Ranger, Junge. Ranger. Weißt du wat? Ey, die regenerieren sich nicht. Die sind ja gay. Die sind halt Ranger. Die sind ja gay. Ja. Ich mach den bis jetzt an den Hodo. Lass mich mal ein Hodo-Feld machen. Warte, ich will die jetzt mal mit dem Ding hier noch töten. He he he. Die will starten die Samurai. Aha, die sterben sogar. Keine Sorge, Eliphaz. Ich kann das Echelieren verzweifeln. Ich kann von denen sehen. Der Rat muss ganz in der Nähe sein. Scheiße, ich zieh' die Kanone an. Die Beule sind mein Job, ach? Ja, die Beule sind die noch. Ich nehm' das Große. Guck dir das an. Guck dir das an. Da baller da. Ey, wo komm' die ganzen Flieger denn her? Uncool, uncool, uncool. 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 Wieso uncool. Dein Herr und Meister. Guck dir das an. Rangern. 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 Ist doch Rangern. Ich hab' Rangern anseln. Was für das Mannig. Ist doch Rangern. Ja. Ach da unten sind ganz viele. Ich hab mich was gewundert. Dann fand's um Lot dabei. Nein. Du Garten. Ich tu mir Gartisten. Na toll. Ey, ich wollt' mir noch ein paar Gartisten holen. Ja, ja, mach doch. Na, siehst du. Immer doch. Ja, mach mal da oben die Kisten davor, da fangst du gut mit rein. Okay. Ey, Jens, lass mal Granaten. Geil. Ich weiß, da ist noch ne Granate da ruf. Boah, weißt du, mir fehlt uns den Kupfen, um aufzurüsten. Ernsthaft? Ja. Irgendwo liegt bestimmt noch eine. Da! Die hol' ich mir an. Oder, ne, diesen Scheiße, ne? Warpspinn? Anton Ruin. Geht. Die sind langsam. Nee, die sind langsam, ja. Aber das geht. Naja, die sind so wichtig. Ich bin sowieso gleich schon wieder fast tot. Hol' ich mir doch phantom Droin. Ich wollte Ranger anleiten. Ich reichen Ranger, oder? Ranger! Sterk Ranger! Nee, explodiere sie. Mach die Warpspinn. Da ist noch ne Kiste. Ne Kiste. Geht's denn? Wir wollen Kisten haben. Ey, da oben ist noch ein Punkt, wo wir Anforderungspunkte kriegen. Oh, ernsthaft. Da oben ist noch ein Punkt, wo wir Anforderungspunkte kriegen ganz viele. Null. Feindliches Feuer. Ich wollte grad sagen, ist Edi fast unterdrückt, oder warum ist sie so lahm? Unterwegs. He. Ja, ne. 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 Ja, das hoffe ich noch. Ja, komm du, ey, lahm. Oh, die Phantom Ruinen, Alter, guck dir die an. Wir müssen den Warpspinn-Typen töten. Wo ist er? Da. Und er drückt ihn. Schubst ihn hoch. Wie auch immer. Töte ihn. Ich hab ihn, glaub ich, umgeschubbt, oder? Nein. Bitte. Ich hab alles draufgebracht und dabei ist mein Typ gestorben. Nee, wort auch. Mach nochmal, mach nochmal einmal. Alter, die Phantom Ruinen. Ich hab erst mal zurückgezogen. Phantom Ruinen sind echt voll. Okay. Echt? Was willst du denn holen? Ernsthaft, ich hab jetzt ne Antigraf-Plattform, die unterdrückt nochmal. Wow, mich verfolgt was. Ne, Rott ist auch tot, das ist ja kacke. Ich hab nur ne Antigraf-Plattform. Ja, ja, ich mach das gleich. Ich muss bloß erst mal die Warp spielen, denn ich folgt am Döten. Antigraf-Plattform. Entschuldige die Warp spielen. Ey, die kann ja gar nicht, die Antigraf. Jetzt hat sie die unterdrückt. Alter, was verfolgt mich denn hier alles? Alter, was verfolgt mich denn hier alles? Alter, was verfolgt mich denn hier alles? Sag mal, voll abartig. Let's go.